Fußball 2000, wir sind wieder da. Heute geht's um die Frage, killt Corona den Fußball? Wir reden über unsägliche Länderspiele, ungerechte Finanzverteilung und liebe Leute, lasst uns ein Like für dieses Video da, abonniert uns, macht jeden Scheiß. Wir haben sogar einen Instagram-Kanal, die Stars Ananas. Bam, bam, bam. Fußball 2000, wir sind wieder da. Heute mit einer ganz besonderen Folge zur Länderspielpause, ja quasi, haben wir uns ein paar andere Themen ausgesucht und zwar, killt Corona den Fußball? Ein wichtiges Thema, denn wir merken, immer mehr Klubs geht es nicht so wirklich gut und auch bei der Eintracht ist es ein wenig schwierig. Phil, was ist denn da in der letzten Zeit so passiert? Ja, wir lesen natürlich heute und hören heute, beziehungsweise haben es gestern schon gehört, dass man sich auf einen erneuten Gehaltsverzicht geeinigt hat bei der Eintracht. Das gab es ja schon im Frühjahr. Damals haben die Kicker auf 20 Prozent und auch nicht nur die Kicker, sondern auch Teile des Vorstands und der ganzen Funktionäre darauf verzichtet. Jetzt also ein neuer Gehaltsverzicht. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber das geht bis Saisonende, möglicherweise ein bisschen weniger als im Frühjahr, weil das jetzt einen längerfristigen Zeitraum betrifft. Aber das signalisiert natürlich auch einmal mehr das, was wir in den letzten Wochen schon vernommen haben, nämlich, dass es Eintracht Frankfurt finanziell nicht gut geht und zwar gar nicht gut. Nicht nur Eintracht Frankfurt, aber auch Eintracht Frankfurt. Ist ja, wie du gesagt hast, nicht der einzige Verein. Tatsächlich können wir trotzdem noch froh sein, dass die Eintracht sich einigermaßen Ressourcen angefressen hat, dadurch durch Transfers, also durch Erlöse auch, dass sie europäisch unterwegs waren. Das hat alles ein bisschen Geld generiert, aber der Topf, der schmilzt, Basti, ne? Ja, aber ich glaube, was Filler als letzten Satz gesagt hat, ist hier das Entscheidende. Das ist ja nicht nur die Eintracht. Deswegen dränge ich diese Angst, die das mit sich trägt, noch ein bisschen weg. Weil die können ja die Bundesliga nicht auflösen. Das größte Problem, was ich dabei sehe, ist, dass so Vereine wie Schalke, Bremen, Eintracht, Köln Probleme bekommen und dass die Lücke zwischen den Vereinen, denen es völlig egal ist, woher das Geld kommt, halt größer wird. Die Angst habe ich. Ich muss sagen, ich habe, vielleicht ist es naiv, aber ich habe keinerlei Angst, dass die Eintracht pleite geht. Egal, was sie sagen, vorwiegend, wenn jetzt nächstes Jahr keine Zuschauer mehr kommen, wird es eng. Ich muss sagen, ich glaube vielleicht auch so ein bisschen, weil der HSV es immer wieder geschafft hat. Also, wenn der HSV noch existiert, muss die Eintracht diese paar Monate, die es jetzt hoffentlich nur noch dauert, irgendwie überstehen. Das heißt, warum sagen die das dann so, Basti? Glaubst du, das ist ein bisschen Politik? Mit Sicherheit wird es auch so sein, zu sagen, klar, ich meine, jetzt kam eine Landesbürgschaft. Es ist wahrscheinlich auch so, dass es aktuell so ist. Also, es ist wahrscheinlich auch so, dass die Eintracht aktuell sagt, boah, wir wissen nicht genau, wie wir das machen sollen. Ich glaube aber trotzdem, dass es Möglichkeiten geben wird, weil wir schon gesehen haben, dass Vereine, denen es wirklich auch schlecht ging, das dann irgendwie geschafft haben, und wo wir gehört haben, wenn es so weitergeht, sind die Pleite. Ich glaube, dass das irgendwie am Laufen gehalten wird. Vielleicht ist es naiv von mir, vielleicht kenne ich auch die Zahlen nicht ganz genau genug. Vielleicht bin ich da ein bisschen nachlässig oder einfach jetzt Corona abgestumpft. Aber dass ich irgendwie nachts aufwache, schweißgebadet und denke, oh, die Eintracht geht pleite, muss ich sagen, habe ich noch nicht. Vielleicht ist es naiv. Ich glaube das auch nicht. Vor allem haben die ja gesagt, dass sie diese 16 Millionen Bürgschaft nicht dafür nehmen müssen, um irgendwelchen Leuten auf der Geschäftsstelle das Gehalt zu zahlen. Und es geht darum, dass sie ihre Geschäftsstelle weiterbauen können und das Stadion ausbauen. Also wenn es dir wirklich so schlecht geht, dass du beide gehst, dann baust du das Stadion nicht weiter aus. Von daher habe ich diese Angst, ob sie unbegründet ist, weiß ich nicht, aber damit die DFL und weiß ich nicht mehr noch alles, ich glaube, eines dafür tun, dass diese Bundesliga nicht stimmen. Was auch die große Gefahr ist, wie Basti, dass halt jetzt Vereine wie, naja, unser Lieblingsverein aus Leipzig und Hoffenheim und Bayern und so weiter, denen es halt komplett egal ist, die halt irgendwo ihre Kohle hernehmen, dass die immer weiter oben abbauen. Die Bundesliga wird dadurch ein spannender Freund, glaube ich, durch diese Saison. Genau, du sprichst vollkommen richtig an. Denn was halt wirklich passieren kann, wir müssen auch noch mal ganz kurz die finanzielle Situation der Eintracht beleuchten. Natürlich ist es im Endeffekt so, dass dadurch, dass gute Gewirtschaften wurde, noch weiter gut gewirtschaftet wird, die Eintracht ist ein finanziell stabiler Verein, die jetzt jahrelang auch gute Arbeit gemacht hat. Deswegen kann man weiterbauen. Deswegen hat man auch gute Deals gemacht, ob man das mögen oder nicht mit der Deutschen Bank, aber das ist finanziell lukrativ gewesen. Du hast den Paketdienstleister, da gab es überall Geld. Insofern, die haben schon smart gewirtschaftet, auch was jetzt in der Digitalisierung passiert, ist, glaube ich, ein interessanter, guter Ansatz. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Marc, ist natürlich ganz spannend. Denn am Ende wird es vielleicht so sein, dass die ganzen Klubs wie VW beispielsweise, denen alles scheiße egal ist, die sind weiter auf diesem Niveau. Aber die Eintracht wird wahrscheinlich sich weiter unten einfinden. Weiter auf dem Niveau ist natürlich auch zu viel gesagt. Denen geht es ja auch jetzt nicht rosig. VW hat ja auch Probleme und so weiter. Aber die Matratze, auf die die fallen, ist dicker als die von der Eintracht. Also ich glaube, dass dieser ganze Corona-Booms genau zum ungünstigsten Zeitpunkt kam, was die gesamte Entwicklung des Fußballs einfach anging. Weil du schon vorher die Tendenz hattest, dass die Vereine, die eben nicht von Unternehmen gesponsert und gesteuert werden, einfach da schon eine gewisse Lücke hatten im Vergleich zu den anderen. Und diese Gesamtsituation hat es natürlich nochmal zusätzlich befeuert. Und das müssen wir ja auch realistisch sagen, bei allem Optimismus. Zu diesen Vereinen, die jetzt halt gucken müssen, wo sie dranbleiben, gehört eben auch Eintracht Frankfurt. Und ich will mir das auch nicht ausmalen, aber ich kenne ein, zwei Menschen bei der Eintracht, die gesagt haben, wenn wir bis Saisonende komplett ohne Zuschauer spielen müssen, und die haben ja alle damit gerechnet, dass spätestens ab dem neuen Jahr zumindest wieder teilweise Zuschauer in die Stadien kommen, dann wird es existenziell bedrohend sein für Eintracht Frankfurt als solches. Und es gibt auch diese Menschen, die sagen, hätten wir nicht das Glück gehabt bei diesem Verein, dass die letzten drei, vier Jahre so liefen, wie sie liefen. Und wären wir im Jahr 2016 heute und nicht im Jahr 2020, dann wäre die Eintracht einer der ersten Klubs, die sofort über Bord gehen würden. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, den du gerade sagst. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es sowohl Fluch als auch Segen, weil natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die Eintracht diese super Entwicklung, die sie macht, in normalen Zeiten vielleicht vorantreiben kann und sich dann irgendwo ein bisschen in Stufe höher etablieren kann, als sie war. Das ist jetzt ein bisschen weg, aber was du gleichzeitig sagst, ist, dadurch, dass es Vereine gibt, denen es safe schlechter geht, da bin ich mir sicher. Also ich bin mir sicher, dass die Eintracht, wie ich es gesagt habe, dadurch, was Marvin gesagt hat, die Deals, die eingefehlt wurden, alles, was vorangetrieben wurde, dass es denen dadurch besser geht, als einen Großteil der Vereine, die ähnlich aufgestellt sind wie wir. Und das da ist ja auch, glaube ich, mein Fallschirm, den ich in meinem Kopf habe, zu sagen, okay, bevor die Eintracht pleite geht, gehen fünf andere pleite und das wird, wie beide sagt, das werden die nicht zulassen. Du wirst nicht plötzlich sagen, ja, ob Sommer sind Bundesligisten, die gibt es nicht mehr. Also da glaube ich schon, dass da Möglichkeiten gefunden werden und die Eintracht ist dadurch, dass sie es so gut gemacht hat, mit Sicherheit nicht der Erste, der runterfällt. Das heißt, ich rechne damit, wenn überhaupt, dass vielleicht ein, zwei Vereine wirklich krass irgendwie am Arsch sind und das wird nicht die Eintracht sein. Und mehr als fünf, und da müssten wir schon hinkommen, werden das nicht sein. Und deswegen habe ich trotzdem diese naive Hoffnung, dass wir im nächsten Sommer dastehen und sagen, okay, gucken wir mal, wen die Eintracht nächste Saison holt. Wie gesagt, nochmal, es kann sein, dass es naiv ist, es kann auch sein, dass mir das um die Ohren fliegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesamtkonstrukt Bundesliga so krass sich verschieben wird, dass die Eintracht da raus ist, weil da wären wahrscheinlich wirklich, wie gesagt, vier, fünf, sechs andere auch noch weg. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und wir haben immer wieder auch Leute von anderen Vereinen, die bei uns kommentieren, auch mal nicht nur feindlich, sondern auch mal freundlich. Und auch ein paar Schalker, die beispielsweise bei uns in den Kommentaren dabei sind. Grüße an dieser Stelle, schreibt ihr mal rein, wie geht es euch damit? Weil Schalke ist immer wieder einer der Vereine, die genannt werden, dass es denen finanziell schlecht geht. Man hört kaum Gutes. Wie ist eure Gefühlslage? Wie seht ihr Eintracht-Fans das? Seid ihr da relaxed wie Basti? Was heißt einigermaßen relaxed, weil wir uns daran klammern, dass es ja einigermaßen gut lief in der letzten Zeit. Schreibt es mal in den Kommentaren. Ja, Kommentare schreiben! Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ich glaube, wir müssen festhalten, der Weg, den die Eintracht beschreitet, der ist weiterhin ganz gut. Ich finde es gut mit den 20 Prozent oder Roundabout, das ist jetzt mal das, was ich sage, Gehaltswitzig. Das zeigt auch, dass man hier gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg. Tatsächlich ist es aber halt auch einfach unfassbar unrealistisch. Ich habe letztens ein Interview von Schippers, von Mönchengladbach gelesen, der dann gemeint hatte, naja, die hatten eigentlich gehofft, oder die hoffen immer noch, dass im Dezember was passiert. Im Dezember wird kein einziger Fan ins Stadion gehen. Naja, das wird eng. Also auch das ist ja das Thema, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf, wenn wir über Zuschauer reden, dass die Bundesliga das nicht ewig mitmachen wird. Weil die Bundesliga glaubt, in einer ganz guten Verhandlungsposition zu sein, juristisch betrachtet, um trotz der Gesamtlage gerade Zuschauer wieder in die Stadien zu lassen. Weil genau dafür, für diese Situation, die wir jetzt haben, diese Hygienekonzepte ja auch ausgerichtet sind. Dann kommen wir doch genau dazu. Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung. Führt es doch weiter aus, was du gerade nebulös angesprochen hast, bezüglich einer juristisch guten Lage? Ja, also viele Bundesliga-Clubs haben sich zusammengeschlossen. Da liefen schon vor Wochen ganz spannende Gespräche im Hintergrund. Und unter anderem auch initiiert vorneweg von Eintracht Frankfurt mit Axel Hellmann an der Spitze. Und es gibt da eine wirklich breite Front. Da herrscht klarer Konsens, dass alle gesagt haben, jetzt im November halten wir noch mal die Füße still. Und natürlich können wir jetzt nicht sofort da zum Gegenschlag ausholen. Aber es ist eben nun mal so, dass diese Hygienekonzepte über Monate ausgearbeitet wurden. Dass alles, was, und das wurde ja teilweise unter Realbedingungen schon erprobt, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Und dass viele Klubs glauben, dass sie juristisch in der Lage sind, dementsprechend dann auch erwirken zu können, dass da es keine belegbaren Fakten dafür gibt, dass diese Konzepte nicht funktionieren, dass man möglicherweise schon im Dezember wieder dazu übergehen wird, das Ganze eben dann juristisch auch anzufechten. Das würde ich für eine unglaublich schlechte Idee halten. Ich wollte das Gleiche sagen. Ich glaube, dann wird sich der Fußball gesellschaftlich in der Lage wiederfinden, wo es richtig schwer wird, da wieder rauszukommen. Also du kannst ja nicht alles hier zumachen, außenrum als Fußball-Bundesieger hingehen und sagen, hier, nur weil wir jetzt Geld brauchen, machen wir die Stadien wieder auf. Das wird in der Gesellschaft nicht ankommen. Das wird nicht funktionieren. Also der Fußball hat bei uns ja eine Sonderrolle in der Gesellschaft schon immer gehabt. Und viele setzen eben darauf, und da reden wir jetzt nicht nur von Fußballclubs, es gibt alle anderen Sportarten, die auf den Fußball gucken, weil sie sagen, der Fußball zum einen mit seiner Strahlkraft und seiner gesellschaftlichen, zum anderen mit den finanziellen Möglichkeiten, das ist der eine Vorreiter, der uns allen Türen und Tore öffnen kann. Und wir reden auch nicht nur vom Sport, wir reden von Schauspielhäusern, wir reden vom ganzen Gastrogewerbe, von all dem, was wir Kultur nennen und was jetzt in letzter Zeit so brutal runtergefahren wurde, die alle gucken ein Stück weit auf den Fußball, weil sie sagen, irgendjemand muss vorne weggehen und muss das, was die ganze Zeit gefordert wurde von der Politik, entwickelt Konzepte, die funktionieren, dass wir jetzt lernen, mit Corona zu leben. Es werden die Bereiche gerade hauptsächlich dann wieder dicht gemacht, wo es keine Konzepte gibt. Nee, pardon, andersrum. Es werden die Bereiche dicht gemacht, wo es Konzepte gab. Und der Fußball ist da in der Lage, glaube ich, entsprechend vorne weg zu marschieren. Ich halte es nicht. Basti, du wolltest was dazu sagen? Ja, ich muss sagen, ich glaube, das wäre ein fatales Signal, wenn die Bundesliga das auf dem juristischen Wege machen müsste. Also ich glaube weiterhin, dass sie mit der Politik da eng zusammenarbeiten müssen, dass man das wirklich macht und dass man sagt, okay, das ist jetzt recht zu fertigen. Aber nicht gegen die Politik. Zu sagen, wir klagen jetzt dagegen, weil wir unbedingt 8000 Zuschauer gegen Union Berlin im Stadion haben wollen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so eine, klar hat das finanziell eine Wichtigkeit, aber ich weiß nicht, ob du das transportieren kannst, zu sagen, in Zeiten, wo wir nicht mal wissen, ob wir alle im Dezember nicht vielleicht gar nicht mehr raus dürfen, ob nicht vielleicht alle sogar zumacht und nicht irgendwie eingeschränkt wird, wer weiß das schon. Da zu sagen, wir klagen jetzt dagegen im Dezember. Ich glaube aber, was mich stört, ist der Dezember. Ich glaube vielleicht für Januar, Februar, wenn es ein bisschen entspannter zu sagen, okay, wir brauchen eine Rückrunde wieder, Teilzuschauer. Aber die Kurzfristigkeit sehe ich da nicht. Und ich glaube auch, dass die schlau genug sind, das zu machen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier am 1.12. eine Bundesliga haben, die vor Gerichte zieht, um durchzusetzen, dass sie Zuschauer haben wird. Das werden die nicht machen. Im Gesamtkontext muss das passen, weil es ist genauso, wie du sagst, wenn jetzt natürlich im Dezember das Ganze nochmal verschärft wird und es geht ja nicht so aus, dass es gelockert wird, dann ist es klar. Aber sollten sich die Zahlen im Dezember stabilisieren, sollten sie runtergehen, die sind alle in den Startlöchern. Und die wollen im Januar wieder, dass es aufwärts geht, auch mit den Zuschauerzahlen. Und wenn da nicht von der Politik aus dann aktive Signale kommen, dahingehend, dass sie dann bereit sind, dagegen etwas zu unternehmen, weil sie sagen, es muss ja auch weitergehen. Das halte ich für mehr als nachvollziehbar. Das ist ein sehr guter Punkt, weil im Endeffekt geht es auch alles auf Legitimationsbasis. Wir müssen auch überlegen, was kannst du den Menschen verkaufen? Du hast jetzt eben wieder die Debatte gehabt, wir hatten jetzt gerade Länderspielepause, in dieser befinden wir uns. Rund 100 Tests sind beispielsweise für diesen Kick gegen die Ukraine flöten gegangen, Tests, die momentan auch gerade schon wieder, wie sie knapp werden und so. Und das sind alles Dinge, das musst du verargumentieren. Und ehrlich gesagt stellt sich ja auch für uns immer wieder die Frage, warum gibt es aktuelle Länderspiele, wenn, wie wir sehen in der Bundesliga, ein Spieler nach dem anderen wieder irgendwie mit Corona zurückkommt zu den Klubs. Ja, guckt der TSG Hoffenheim an. Also das lässt sich da schon schwer verargumentieren und genau dieses Fass aufzumachen. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich wirklich ganz smart, dann eher auf den Januar zu schielen und gar nicht den Dezember mal anzupeilen. Die Frage, die ich mir aber grundsätzlich stelle, haben wir denn überhaupt da noch, also gibt es noch so viele Fans, wenn es wieder einigermaßen möglich ist, die ja Bock auf Fußball haben oder kann es schon sein, dass sich der Fußball und die Fans ein wenig voneinander entfremden? Also der Teil entfremden sie sich, glaube ich, sehr, sehr weit voneinander. Also wenn ich jetzt mal nur das Beispiel Mark Weinfeld entnehme, der normalerweise jedes Spiel guckt, dass es irgendwo in diesem Fernsehen gibt. Ich wusste nicht, also dieses Länderspiel, gut, ist eine andere Geschichte. Die guckt sowieso keiner mehr und diese ganze Champions-League-Überfrachtung und dann, wir haben auch schon drüber geredet, man freut sich so ein bisschen auf die Bundesliga und dann sieht man das und dann ist es halt wieder das 800. Geisterspiel und das macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Also irgendwie, ich habe es auch schon mal gesagt, so im März, also so losgegangen mit Corona, da gab es dann doch so ein bisschen diesen Event-Faktor, da kannte man das alles noch nicht. Da war es irgendwie spooky, durch den Supermarkt zu laufen und dann waren wirklich die Klopapierrollen weg und dann war es irgendwie alles ganz witzig und dann hast du mir die ersten Geisterspiele angeguckt gedacht, okay, komm, das machst du jetzt mal 10 Monate und jetzt aber, wenn du halt irgendwie nach einem halben Jahr oder sieben Monate, wie lange es jetzt her ist, immer noch da sitzt, dann wird es halt irgendwann, du denkst, eigentlich brauche ich diesen Fußball, eigentlich macht es keinen Sinn, sich das noch alles weiter anzugucken. Also das ist momentan, glaube ich, wirklich eine Delle, aus der wir irgendwie alle uns rausgraben müssen. Ich glaube aber trotzdem nach wie vor daran, wenn die Stadien irgendwann mal wieder aufgehen und man da reinmarschieren darf mit allen Leuten, dann folgt man sich da, glaube ich, wieder drauf. Also aus der persönlichen Sicht, muss ich sagen, ich habe gestern, gut, ich habe mir jetzt vielleicht nicht das absolute Knallerspiel ausgesucht, als ich Österreich gegen Nordirland angeguckt habe, gedacht, okay, komm, wir gucken mal die zwei, die zwei Frankfurter Legionäre, Hinti und Ilse. Alter, das war ein ganz schönes Kicker, halt, Herr Falter. Nein! Das macht halt auch kaum Spaß. Und dann hast du eh keine Fans und dann hast du da eher so einen groben Kick. Also Franco Foda lässt jetzt auch nicht den attraktivsten Fußball spielen, will ich mal meinen, ja. Also das war in mehrerer Hinsicht wirklich anstrengend und das macht dir selbst als Fußballfan überhaupt keine Freude. Ich muss auch sagen, ab der, also ich gucke die Bundesliga mir natürlich an, wir haben natürlich auch ein journalistisches Interesse, aber im Grunde ist es alles, was nicht mit der Bundesliga zu tun hat. Also zweite Liga, da tue ich mir schon extrem schwer, also die Motivation aufzubringen, diese teilweise, diese Gruselkicks nicht anzuschauen, das fällt schon schwer, Basti, geht es genauso. Ja, ich glaube, bei mir fällt der Fußball so allgemein mit der Stimmung so ein bisschen auch mit ab. Also es ist so ein Teil des Ganzen. Es ist Teil so, das Wetter wird ein bisschen schlechter, gut, als am Wochenenden war es okay, aber es wird jetzt grau, es ist November, es ist kalt, du darfst nicht immer weniger machen, du weißt nicht genau, wie sich das entwickelt in der Fußball. Ja, der fällt natürlich ein bisschen damit runter. Das ist so, klar guckt man das, wir verfolgen das, man will auch wissen, was bei dem Eintracht passiert, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich vor der Saison gesagt habe, ja, ich glaube, ich gehe mit 30, 40 Prozent Emotionen in die Saison rein, geht das jetzt hier Richtung 20. Also es ist so zu denken, ja, dann spielt man wieder da, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo spielen wir dann, Tabelle gucken. ich muss sagen, durch diese ganzen Sachen, die weiter beschrieben hat, so, dass man sich langsam dran gewöhnt hat, muss ich sagen, tritt bei mir aktuell eine wirkliche Zermürbung auf, die merklich ist. Die ist nicht irgendwie schwankensituativ, wie die Achterbahn, die wir teilweise hatten, sondern bei mir ist es jetzt eher so, dass ich denke, ja, gut, dann spielen wir halt wieder irgendwie, was krass ist, woran ich es am meisten merke, ist, diese Wut über diese vier Unentschieden. Die ist weg, da denke ich mir, naja, gut, dann Eintracht verteidigt sich dann, dann gibt es ein YouTube-Format, da Hüther beantwortet Fanfragen, dann denke ich mir, naja, gut, mach doch. Also ich habe nicht mehr dieses, was krass ist, so in den letzten Tagen dieses aktive Bedürfnis zu denken, was ist denn, bla bla bla, das ist bei mir weg, dann denke ich, im Moment bin ich in so einem Ding so, der Modus bei mir ist aktuell bei Eintracht so wie mit allem, ja, schauen wir mal von Tag zu Tag, gucken wir mal und dann ist es halt so. Dazu kommt aber auch noch bei Eintracht, jetzt bei mir zumindest, dass es die Eintracht auch wirklich Fußball spielt, der zum Lockdown passt, also der ruht sich da nicht auf. Da findet sich natürlich nichts an, also wie gar nichts. Ja, ich glaube, die Eintracht hätte eine große Chance gehabt, mit einem guten Laisons-Start dahingehend, die Leute nur ein bisschen mehr zu pushen und zu verhindern, dass jetzt genau diese Kurve so konstant bergab geht, wie Basti auch sagt. Aber das ist natürlich auch geschuldet der Gesamtatmosphäre und der Gesamtstimmung, dass man einfach weniger Dinge hat, worauf man sich freut und für die man sich begeistern kann und dann bist du einfach nicht so drin, dann pusht dich gar nichts mehr und wenn selbst die Eintracht dich nicht mehr pusht, dann ist das ja nur ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Lebens, das man gerade führt, beziehungsweise nicht führt. Liebe Leute, sorry, das muss ich noch ganz kurz ergänzen, sorry Marvin, ganz kurz, ich glaube wirklich, dass die Eintracht da nicht viel Schuld hat. Ich glaube, selbst wenn die Eintracht jetzt Dritter wäre, klar würde ich dann irgendwie denken, oh krass, aber ich glaube einfach, dass das, was du gesagt hast, was halt fehlt und das, was fehlt, sind Freunde, rausgehen, einfach alles, was irgendwie eine Normalität hat. Das hat ja auch immer mit Eintracht zu tun gehabt und ich glaube, was Weide sagt, am Anfang war das interessant, aber mittlerweile merkst du halt, wie lange das schon da geht und mittlerweile merkst du halt, dass du das einfach auch nicht simulieren kannst, was halt gerade fehlt. Marvin hat es, glaube ich, in einer der letzten Sendungen gesagt, so rausgehen, heute werden wir jetzt bei Stuttgart auswärts, sie werden dies gemacht, das gemacht. Das hat natürlich Auswirkungen, dass man das nicht mehr machen kann. Das wollte ich einfach nur nochmal festhalten. Sorry Marvin. Nö, alles gut, du hast ja vollkommen recht. Ich will unsere Freunde mal hier fragen, in den Kommentaren, weil in den letzten Wochen kam es nämlich immer schon wieder vor, da war es nämlich total häufig, da kam es nämlich relativ häufig vor, dass die auch geschrieben haben, hier, ich habe eh die Lust am Fußball gerade verloren und für mich ist da nicht mehr der Vibe da. Schreibt ihr mal in den Kommentaren, wie ihr gerade die Situation seht, ist es bei euch komplett egal. Ihr seid durch Corona jetzt noch größere Fans geworden, weil ihr alle Spiele eh verfolgen könnt. Das kann ja alles sein. Es gibt auch unterschiedliche Fanarten. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist die nächste Frage, die ich an euch stellen wollte. Wie seht ihr das? Ist es so, dass es vielleicht eine Generation von Fans nicht mehr geben wird, die zum Stadion gehen und dann vielleicht eine neuere Generation herankommt? Weil ich sehe in den Kommentaren, bei Twitter sehe ich viele Leute, die irgendwie schon ein bisschen gedanklich mit dem Fußball abgeschaltet haben. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eine neue Generation gibt, oder? Basti, wolltest du dazu was sagen? Ja, ich glaube, die gab es schon immer. Also ich glaube, für jemanden, der sowieso, keine Ahnung, der sowieso die Eintrittsspiele immer nur im Fernsehen geschaut hat, für den fehlt natürlich diese Stimmung, die dann durch den Fernseher kommt. Aber viel krass ändert sich viel nicht. Die Spiele finden statt, er kann das sehen, er ist sowieso nicht gewohnt, ins Stadion zu gehen. Das habe ich halt von vielen gehört, auch mit Bremer-Fans, mit denen ich gesprochen habe. Die sagen, gut, ich bin manchmal nicht im Stadion, ich bin meistens nicht im Stadion und dann ändert sich für mich nichts. Klar kann ich verstehen, dass das Leuten fehlt. Ich glaube, wo du hier unterscheiden musst, warum das bei mir so krass der Stecker gezogen ist, ist, weil es im Stadion gerade ein Erlebnis ist. Und ich glaube, was du sagst, Leute, die das nur im Fernsehen verfolgen, können das wahrscheinlich auch leichter verarbeiten. Die gucken sich dann, du kannst dich ja auch damit beschäftigen. Haben wir auch selber gemacht. Wir haben uns aufgeregt, wie stellt er da auf, was machen wir da? So ein bisschen Simulation von diesem Ding. Allerdings hattest du ja. Aber ich glaube, das geht nicht so lange. Ich glaube, das ist nicht genug Treibstoff einfach für die nächste Zeit, zu sagen, soll ich mich jetzt nächstes Wochenende wieder aufregen, weil irgendeiner da nicht aufgestellt ist? Nein. Ich will mich auch aufregen, weil ich aus Leipzig nach Hause komme, da irgendwelche Leute mit Bullenhut sehe und dann irgendwie sauer nach Hause komme. So. Wird nicht passieren. Was mache ich? Ich mache einfach den Fernseher aus. Alles klar. Was mache ich dann? Ruf ich einen Freund an? Ach nee, wir dürfen uns nicht treffen. Was mache ich? Eigentlich ein Fitnessstudio? Nein, darf ich nicht. Aber eigentlich schlafe ich die ganze Zeit. Ich könnte den ganzen Tag schlafen, wenn die Elbe. Jetzt rege ich mich doch wieder auf. Ich freue mich auch sehr viel. Du bist ein wahrer Held dadurch. Ich schlafe auch sehr, sehr viel. Ich habe gestern bis elf geschlafen. Ich habe zwei Mittagsschläfe gemacht. Bin um zehn ins Bett. Das ist ja auch immer ganz nett, aber doch nicht auf Dauer. Ich bin richtig auf Dauer. Da muss man aufpassen. Ich gewöhne mich da dran. Dass ich am Ende alle drei Stunden erst mal schlafen muss. Später können wir keiner normalen Arbeit mehr nachgehen, weil wir schlafen müssen. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich kann leider nur drei Stunden am Spiel arbeiten. Habe sie einen Ruheraum. Ich habe auch ein Attest dafür hier. Ich bin Corona-Opfer. Aber ich will euch noch mal fragen, beide oder Phil. Habt ihr denn das Gefühl, dass es vielleicht auch eine Generation von aktuellen Fans gibt, die ins Stadion gegangen sind, die jetzt nicht mehr ins Stadion gehen werden, weil sie irgendwie jetzt so eine Abkopplung vom Fußball haben weiter? Was denkst du? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, jetzt sind wir gerade alle in einer Delle. Da erwacht es keinen Bock mehr, über den Fußball zu gucken. Aber das finde ich als Grundoptimist. Das wird ja wieder besser. Also wenn dann irgendwann im März, das ist natürlich noch lange hin, dann wird auch mal wieder gutes Wetter und dann machen irgendwann diese Stadien wieder auf und dann natürlich gehen da alle hin. Also ich glaube jetzt nicht, dass man dadurch jetzt unfassbar viele Fans verlieren wird auf Dauer. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich meine, das ist ja die Gefahr-Eintrag und auch viele andere Vereine, die gerade sehen. Bill, du verhältst das auch für unbegründet? Ja, ich glaube, man darf den aktuellen Mut der Leute, den darfst du jetzt auch nicht überbewerten, weil wir alle in einer komplett anderen Situation sind, die wir alle so auch noch nie kennengelernt haben. Und wenn dann heute, selbst wenn heute, ich kenne auch Stadiongänger, permanente Stadiongänger, die sagen, ah, ob ich danach wieder ins Stadion gehe, ich glaube eher nicht. Aber das ist alles Stand heute und diese Eigendynamik, die ein volles Fußballstadion dann wieder entfachen kann, die darfst du nicht unterschätzen. Selbst bei den Leuten, die heute sagen, ich gehe da nie wieder hin, weil ich habe mit dem Fußball abgeschlossen. Wenn es wieder soweit ist, Leute, die Magie des Fußballs, eines vollen Stadions, ich habe gestern aus Versehen, ich gucke mir sowas eigentlich nicht mehr an, einen Clip geguckt, hier nordirische Fans, EM 2016 singen Sweet Caroline, da habe ich fast angefangen zu heulen. Und ich merke, wenn das zum ersten Mal wieder im Waldstadion, wenn da Menschen singen und du hast ein volles Stadion, ey, ganz ehrlich, wenn es da nicht packt, der hat den Fußball nie geliebt. Man hätte auch die Schotten gesehen, die schottische Mannschaft, die irgendwie dann da rumgedrückt, und das findet man ja geil. Sowas will man ja auch wieder erleben, man will ja selbst mittanzen. Weil das praktisch geht, aber sobald das wieder geht, tanzen alle mit. Aber ich glaube, Marvin, was du sagst, ist gerade trotzdem natürlich nicht in der Masse unrealistisch, aber ich glaube schon, dass es Einzelfälle geben wird dahingehend, weil du durch Corona schon merkst, was der Fußball für ein perverses System ist. Ja. Ich glaube, wenn Leute da sowieso vorher schon so an der Schwelle waren zwischen ah, das ist mir alles irgendwie zu krass ist mittlerweile und mit Neymar, 222 Millionen, als es da schon angefangen hat, dass man sich dahinter fragt, kann das glaube ich schon sein, dass du jetzt halt im Brennglas gezeigt bekommst, was du vorher vielleicht besser ignorieren konntest durch die Sachen, die ihr gerade angesprochen habt. Kannst du ja jetzt nicht mehr. Du kannst dir das nicht mehr schönreden und sagen, oh geil, gestern war ich im Stadion mit meinen ganzen Jungs, komme jetzt nach Hause. Jetzt bist du halt konfrontiert damit. Du bist konfrontiert damit, dass solche Länderspiele stattfinden. Du bist konfrontiert damit, wie der Fußball das alles durchbringen will, was für Zwänge der hat, wie die Egoismen auch laufen unter den Vereinen, die sich anfacken, die einen wollen so, die anderen. Du merkst halt wirklich trotzdem schon mit der Taschenlampe drauf, dass trotzdem am Ende es geht ums Geld. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere zu Hause sitzt, wenn er jetzt diese Ablenkung durch diese Phänomene mit Freunden nicht hat, schon sagt, boah, ich weiß nicht, ob das noch was für mich ist, weil zumindest die Gedanken kann ich nachvollziehen. Die gedankliche Entfremdung wird wahrscheinlich auf jeden Fall bei einigen stattfinden. Allein durch diese Perversität, die du jetzt gerade aufgezeigt hast. Ich will es nochmal sagen, die ganzen Corona-Tests, die teilweise für absurde Länderspiele mittlerweile rausgehauen werden, wurde ja auch die Frage gestellt, wir haben gerade andere Probleme. Und wenn wir dann uns auch anschauen, verschiedene Forscher haben herausgefunden, dass es ja aktuell genauso ist, dass gerade durch Reisen und auch selbst durch Länderspiele momentan halt einfach Corona wieder in die Bundesliga transportiert wird, was halt, du brauchst jetzt kein Wissenschaftler sein, um das herauszufinden, aber du merkst es schon. Viele Forscher haben herausgefunden. Ja, ja, ich wollte es besonders nebulös halten, weil ich jetzt gerade den Link zum Deutschlandfunk jetzt nicht mehr finde. Nein, das ist alles gut. Das war jetzt keine dubiose YouTube-Fälle. Dubiose YouTube-Fälle habt ihr nur bei uns bei Fußball 2000, nämlich liebe Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Aber ich will noch mal sehen, dass wir vielleicht so einen Silberstreit am Horizont finden. Denn diese ganzen quatschigen Länderspiele, die haben wir jetzt hier nicht umsonst gemacht. Denn es soll irgendwann die Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 geben. Und Phil, kannst du uns da irgendeine Hoffnung geben? Macht das Sinn, diese Durchführbarkeit einer Europameisterschaft, die in verschiedenen Ländern stattfinden soll? Ich wollte gerade fragen, weil Thema Hoffnung, da müsste ich jetzt ja eigentlich sagen, nein, es wird keinesfalls stattfinden, damit Menschen keine Länderspiele gucken müssen. Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher und das sind auch meine Informationen, dass das stattfinden wird, genauso wie die Olympischen Spiele stattfinden werden. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, das so stattfinden zu lassen, wie sie es im letzten Sommer vorhatten, mit den zwölf verschiedenen Städten in diversen Ländern. Das wird nicht passieren. Es wird aber eine EM geben, wie auch immer die aussehen wird, vielleicht in drei Ländern, vielleicht nur in einem Land, in einem kleinen Cluster, in irgendeiner Bubble. Es wird stattfinden, weil, und das ist letztendlich das Argument, das alles andere schlägt, weil die UEFA die Kohle braucht aus der Vermarktung, sonst gibt es keine UEFA mehr, sonst gibt es keine EM mehr, sonst gibt es keine Länderspiele mehr auf europäischer Ebene. Also das Ding wird stattfinden. Die Frage ist, wer da noch mitspielen kann nach dieser Saison mit der Taktung, die wir jetzt gerade sehen. Puh, also da werden einige Namen, auf die man sich sonst gefreut hätte, zumindest fußballerisch, natürlich nicht dabei sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie viele Mannschaften sind dabei bei dieser EM? 48? Äh, 24. 24, das ist klasse, da werde ich dann sehen, wo die alle reinpassen. Bei der MBE hast du das hinbekommen, aber das Distillent muss noch gebaut werden, wo die alle reinpassen. Sehr gespannt, wie die das machen. Im Europapark in Russland muss man die Plätze aufbauen. Ja, aber das ist eine begründete Frage, weil wie willst du das hinbekommen? Wahrscheinlich wirst du echt nur mit einem Land oder keine Ahnung, Bedelux machst du nochmal oder so. Wobei, da hast du jetzt auch, da ist jetzt auch nicht so gute Corona-Zahlen, würdest du jetzt ganzen Leuten nach Island verfrachten. Ich würde sagen, die UEFA macht es wie das Dschungelcamp, einfach mal irgendwie weit abgelegen, was für eine einsame Insel. Bei Neuseeland funktioniert es ja ganz gut, vielleicht können wir, die Europameisterschaft, war nicht irgendwie Neuseeland mal beim Eurovision Song Contest dabei, vielleicht können wir das jetzt mal rumdrehen, dass die EM in Neuseeland stattfindet, da gibt es keine Corona-Fälle. Das wäre dann eine ganz gute Idee. Aber am liebsten wäre es mir tatsächlich gewesen, wenn wir einfach die WM 2022 hätten abgesagt und dann dafür die Europameisterschaft gemacht hätten. Ne, Basti? Ja, fände ich auch am besten, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder Zuschauer dabei sein dürften, groß. Ja. Und das ist das Einzige, was mich überhaupt für die EM interessieren könnte. Also das Einzige, was ich hatte, ihr habt die Schotten erwähnt, die haben sich qualifiziert, die hätten jetzt theoretisch ein Heimspiel im Hampton Park gegen England. Ja, geil. Das würde ich mir anschauen, aber das schaue ich mir doch nicht aus sportlichen Gründen an. Das schaue ich mir an, weil ich sehe, was da abgeht. Und wenn das im Sommer nicht so weit ist, muss ich sagen, ist für mich die EM mit Teil oder und oder ohne Zuschauer ist für mich keinerlei Silberstreifen. Im Gegenteil, das ist eher ein Kackstreifen. Muss ich sagen, weiß ich nicht genau, ob das irgendwas ist für mich. Also der Silberstreif, den ich sehe, der hat für mich immer mit Zuschauern zu tun. Und da weiß ich nicht genau, wie die Entwicklung sein wird, zu sagen, wann dürfen wieder alle ins Stadion. Weil alles, was wir hier besprochen haben, EM war... Und Marvin, du hast es, glaube ich, bei Twitter in den letzten Malen so oft geschrieben wie noch nichts. Ohne Fans ist der Fußball nichts. Und das wird halt auf Strecke immer deutlicher. Und wenn wir über Silberstreife reden, nee, EM ohne Zuschauer würde mich sch** interessieren, hätte ich gesagt. Liebe Leute, das ist doch ein ganz guter abschließender Kommentar. Schreibt mal in die Kommentare, ob für euch ein sch** Europameisterschaft, ein Silberstreif oder ein Bremsstreif am Horizont. Das ist hier die große Frage. Alles, was ihr versorgt habt, dass sich auch der größte Fußballfreak nicht mehr dafür interessiert, das muss man erst mal schaffen. Ich kenne Leute, die gucken sich Litauen gegen Aserbaidschan an. Die Nationalmannschaft ist mittlerweile so, dass man mit seinen Freunden bei WhatsApp schreibt und sagt, du spielst die Eintracht eigentlich am Wochenende? Und dann kommt, ach nee, scheiße, es ist ja Länderspielpause. Wen interessiert das denn? Man hat das Gefühl, es interessiert die Leute, die da spielen nicht mal. Und dann kommt, Vielen Dank.